Einen wunderschönen, da bin ich auch wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt. Wir wollen uns jetzt mal Stellaris angucken. Ich bin mal gespannt, also die ersten Bilder, die ich gesehen hatte, waren sehr interessant. Es geht auch um Weltall und Planeten und ich bin da mal sehr gespannt. Ich habe mich da jetzt nicht so viel spoilern lassen, ich habe mir nur ein paar Bilder angeguckt, dass ich da ein bisschen unbelastet rangehe, ich habe die Musik schon runter gedreht, ich hatte sie immer bis hier zum Hauptmenü und habe da eine Musik runter gemacht. Reich auswählen, was haben wir denn noch zufällig? Reich erstellen, oh wir können reich erstellen, wir nehmen mal reich auswählen. Demokratie, Diktatur, das sieht bis, also entweder, hüge mich oder, das sieht doch aus wie ein Faultier. Ich nehme Diktatur, mal gucken, was das ist. Wie viel KI? Nein, dann machen wir mal hoch. Nein, dann machen wir mal hoch. Ich weiß nicht, wie viel reguläre KI. Reiche das Spiel mit Anfangsvorteil, Ressourcen-Technologie, Bewerkerin und... Oh, das sind immer hoch. Ressourcen-Reichweite klingt immer ganz gut. Gefallene Reiche. In diesem Spiel können keine Trophäen erlangt werden. Achso, ok. Wieso können hier keine Trophäen erlangt werden? Inhalte zum herunterladen, gibt es da noch was? Kommt bald, kommt bald, kommt bald, ok. Neues Spiel. Neues Reiche erstellen. Neue Nummer einfach Reiche auswählen. Gefallene Reiche. Dann können wir bewohnte Welten, die sind noch. Ich habe vergessen, dass Planeten in der... ...Eines zunders, die bewohnt ist. Ja, das scheint, dass... ...mehr bewohnte und bewohnbare Welten... ...die Galaxie... ...geögnete. Neue Nummer einmal hoch. Umso mehr bewohnbarer Welten haben wir. Entschuldigung Leute. Lassen wir das mal nochmal. Automatisch regelmäßig. Der Spielstand könnte während des Spielverlaufs nicht verändert werden. Ne, das lassen wir mal aus. Vielleicht wollen wir ja was verändern. Ach Gott. Ich glaube wir kriegen schon wieder Schnupfen. Schade. Aber wenigstens deutsche Schrift. Schade. 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 Die Kontakte sehen die detaillte Liste der verschiedenen Reiche, denen wir begegnet sind. Okay. 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 Technologie. The technology screen is where you will be directing our research efforts. Technologies are categorized into three different fields. With each field typically having three available research options. Okay. 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 und man kann auch ohne wissenschaftler forschen und dauert dann aber deutlich länger nicht. Klingt doch schon mal. Das will ich. Das kann ich gar nicht aussehen so. Wissensschaftler hinzufügen, haben wir denn welche mit Mierensternen? Nee, haben wir nicht. Schade. Forschung. So, wir können jetzt hier Forschung wählen. Globale Energieverwaltung. Oh, jetzt nehmen wir auf jeden Fall. Erstmal Kosten reduzieren. Hm, 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 hm. Ja, 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 ja. Das klingt erstmal. Hm. Das ist beides hier sehr interessant. Wir machen erstmal, wir studieren erstmal unseren Planeten. So. Bestimmt. Mhm. 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 Da gibt es viele Ressourcen, ey. Das wird ja nagt, das alle zu sammeln, ey. Verbesser. Oh ja, zusätzlich Erweiterung. Das auf jeden Fall. Wie lange braucht das jetzt? Steht das hier irgendwo? Okay, Hyperantrieb haben wir schon mal. Ah, da. 56 Monate, 44 Monate, 88 Monate, okay. Die Zeit geht in Sekunden voran. Tage. Oh, aha. Naja, das dauert dann wohl noch eine ganze Weile, bis wir da hinkommen. Wieso blinkt das auf? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Scheint sehr groß zu sein. Okay. 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 So. Das war doch eben aber hier so ein Kreis. Okay. 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 Und dann, wo nochmal der Schiff's werenchen. Oh, herr. Okay. Okay. What's up here. Forschungsschiff, wir machen jetzt mal Forschungsschiff, genau. Nennen wir einfach mal Odin Kundschafter. Odin Info, akzeptieren, Designlöschen, automatisch fertigstellen. So, Hyperantrieb, Forschungslabor, Chemisches, so, wir machen Hyperantrieb, yes. Das, so, das ist alles schon vorgegeben. Das, so, das ist alles schon. Das, so, das ist alles. Oh, nur mit Speeren. Oh, nur mit Speeren. Oh, nur mit Speeren. Oh, aber wieso kann er das jetzt nicht herstellen? Oh, nur mit Speeren. Oh, die hat dann nicht automatisch jetzt hergestellt oder was? Okay. 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 Oh, ich lieber das mit Freunden anzeigen. Okay. 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 Der Spaceport tab ist nur auf Kolonien und die Wurzeln, die habitablen sind. Each Pop occupiert eine einzelne Tile, das bedeutet, dass es nie mehr Pop auf der Planung gibt. Das ist unser Homeworld, und der Kapitel unserer Empire. Der Spaceport tab ist, wo wir die Orbe-Fleet aufbauen, bauen neue Säte und aufbauen die Station selbst. Kann ich jetzt schon bauen? Nein, ich hab noch nichts zum bauen. Okay. Okay. Wir haben jetzt nichts zu schützen. Und so greift ja noch keiner an. Ziel, Sammelpunkt, Forschungsschiff. Genau, das wollen wir auch. Und wir wollen das System erkunden. Gute, 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 Gute Und wir wollen das System erkunden haben. Und so werden wir dann direkt die Schlagern, jetzt erst mal ein Blatt. Und oben! Einxifte, Gute, 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 Gute. Und so werden wir dann auch hier in der Legislatur. Anführer rekrutieren. Wir haben da einen Anführer. Dann können wir das da so lassen. Das ist unser Konstruktion-Ship, das benutzt, um Spass-Stations zu konstruieren. Wenn ein Astronomisches Objekt, wie ein Planet, wurde beurteilt, können wir dieses Ship um eine Forschungsstation oder eine Mining-Station zu bauen, um irgendwelche Ressourcen zu haben. Ja, das wollen wir. Aber was wollen wir da erkunden am besten? Was haben wir denn hier? Das wollen wir erkunden. Da ist ja ein Forschungsschiff hin schon unterwegs. Wir erkunden das jetzt einfach mal. Gucken, was da passiert. Also. Hoppala. Wir wissen nun, dass es nicht nur auf richtig deine Biosphären gibt, sondern... ... 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 wir machen erst mal außen posten das machen außen posten ich würde es aber gerne bauen aber irgendwie geht es nicht situation und könnte alle den schiff gestoßen so 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 Amen. Äh, weiter mal nicht. So. 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 Vielen Dank. 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 Okay. Neue Forschung. Schiff. Genau. Schiff. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt haben wir eine Bergbaustation, eine Forschungsstation, was können wir denn hier bauen? Wir machen hier einfach auch Bergbau, Forschung. Wir machen hier einfach nur eine Bergbaustation, was können wir denn hier bauen? Wir machen hier einfach nur eine Bergbaustation, was können wir denn hier bauen? Wir machen hier einfach nur eine Bergbaustation, was können wir denn hier bauen? Wir machen hier einfach nur eine Bergbaustation, was können wir denn hier bauen? Wir machen hier einfach nur eine Bergbaustation, was können wir denn hier bauen? Wir machen hier, also sind wir Glue HIM, was können wir denn hier bauen? Wir machen hier haben, wir machen hier arbeiten, was müssen wir denn hier bauen? Wie politics mile museus мужья. Ja, danke, danke. Lassen wir die mal arbeiten. Okay. Okay. Oh, Wissenschaftler befördert. Multiplayer, hm, das stimmt, das habe ich gelesen, da kann man sich dann auch irgendwie begegnen und so in den Schoten, so, wir sind, wo sind wir denn mit dem Schiff, wir sind hier, das ist unsere Basis, hier haben wir erforscht, ich würde dann nämlich als nächstes hier hin und dann dahin fliegen, ich würde, ach man, ich würde nicht gerne mal mehr, so, das andere ist alles noch am bauen. Ähm, am Forschen, Mensch. We are losing credits at an alarming rate, last month's budget report makes for some grim reading. Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt kann ich nicht mehr ... Oh, jetzt zeig ich aus, dass ich ihn weggedrückt Ich hab von dem mit dem Kreis irgendwie 200 waren sie, was ist denn der da? Achso, da. Zeit ... Hydrofarm, ich hab eine Hydrofarm jetzt hier, brauchen wir aber noch eine Hydrofarm. Ist vielleicht besser für die Bevölkerung. Okay. 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 So. Wir erkunden jetzt einfach mal alle Planeten hier. Dann haben wir das System nämlich hier erkundet. Ach unser Schiff ist ja schon da. Ne, das war nicht unser. Oder? Mal gucken, was sieht denn hier erdähnlich aus? Also der könnte erdähnlich sein. Der ist auch blau und so. So, den könnten wir auf jeden Fall System erkunden. So, jetzt lassen wir den mal hier arbeiten. Er hat da ein bisschen was zu erkunden. Und danach soll er in Orbit einfliegen. Sieht nämlich sehr interessant aus mit dem Planeten. Okay. Raus. Okay. Weil hier haben wir das Problem. Der sieht aber auch bewohnbar aus. Hoppala. Scheiße. Jetzt kommt das Forschungsschiff schon wieder hierher oder? Oh, fuck. 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 Situation log updated. 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 Okay, so. Konstruktionschef Konstruktionschef Mining stations are used to extract the minerals and strategic resources of the object they orbit aberranten Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es erfordert ein Raumhafen Stufe 2. Ach, jetzt kann ich Konstruktionsschiff, Forschungsschiff, hier kann ich das bauen. Ah, ok. Da sind wir doch schon mal wesentlich schlauer. Hätte ich mal vorher drauf kommen können im Raumhafen. Das ist doch nicht. Oh, Kolonieschiff, genau da haben wir doch. Also ich baue als nächstes Kolonieschiff und dann müssen wir den Raumhafen mal verbessern. So, kann ich noch nicht, ok. Dafür brauche ich 355 Diamanten. Ich habe 31, scheiße. Ich kann mich kurz verwenden. Einer, ich kann mich noch mal wie皮utig verteilen. Und ich kann mich noch nicht nur anschießen, welche Knudeln zu machen. Und das wird mir das Licht aus. Dann dass wir uns machst. Und wir lassen uns da gerne noch. So, jetzt nehmen wir die Nebeteigungen. jetzt machen wir uns da so. Und wir werden es auch noch gut, Dann können wir das wichtig und dass wir uns nicht mehr so, weil wir es sich auf die Korte weiter auf der Haut. Okay, da hätte ich auch mal vorher drauf kommen können. So, Forschungschef, haben wir noch eins und das wollen wir jetzt System erkunden. Ach, ich brauche noch einen Wissenschaftler. Okay. So, und zwar nehmen wir dann... Nee, Kutsch. Ach doch, wir nehmen den hier. Zack. So, haben wir das und hier unten haben wir doch auch noch was. Also, das ist unser Planet, okay. Wir wollen hier was bauen und zwar wollen wir hier... Ach, das hat auch alles immer Diamanten, ey. Kraftwerk. Scheiße, was bauen wir denn hier? Mineralien... Machen wir mal Mineralien. Zack. Zack. Und dann nehmen wir dann... Jetzt kommen wir langsam aber sicher rein hier. Forschungsschiff. Und zwar machen wir jetzt hier ohne... Zack. Das ist unser Planet. Das ist auch unser Planet. Wie sagen wir den jetzt zweimal drinne? Planet Sammelpunkt. Achso, Planet ist gleich Sammelpunkt. Okay. Gut. Und dann nehmen wir uns mal dieses Forschungsschiff vor. Und gehen hier raus und sagen wir wollen System erkunden. Genau. So. Und dann nehmen wir das nächste Forschungsschiff. So. Und da sagen wir jetzt, wir wollen das System erkunden. Okay. Dann können die schon mal erkunden. So. 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 So fliechten die ja nicht dahin. So. 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 die hat neun Befehle, was hat er denn für neun Befehle? Na, komm! Und... 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 So, jetzt bewegt er sich dahin, sagt er. Ah, jetzt macht er endlich, ok. Dann können wir dann sagen System erkunden, ok. So, jetzt brauchen wir nochmal Forschung. Okay. Okay. Unsere Heimatwelt. Das nehmen wir doch mal rum in. Mhm. Oh Gott. These are planet-specific edicts. Practices that can be temporarily enforced by spending some. Mhm. Mhm. Proceed. So, ich kann nur eins jetzt. Gut. Dann machen wir das so. So. So, das Schiff ist jetzt da. System erkunden. So, jetzt lassen wir mal hier das System erkunden. Sind ja nur zwei Sachen, die hier sind. Ihr scannt jetzt hier schön. So. We have found an anomaly. From time to time, our science ships will discover an anomaly found. Anomaly found. Anomaly found. So, Da ist unser Heimatplanet, ach, da ist die Fahne, da sehen wir, okay, und wir wollen jetzt, ja, nee, Armee wollen wir nicht, wir wollen ein, Forschungsschiff, Kofitte, da fehlt mir noch was für ein Kolonieschiff, da müssen wir noch was warten, da müssen wir noch was warten, ich will unbedingt ein Kolonieschiff bauen. Ja. 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 Ja, lassen wir die mal jetzt weiter erforschen. System survey complete. So, jetzt gehen wir hier hin, ach Quatsch, oder falsch, ich verhier es jedes Mal da raus zu gehen ey. So, jetzt gehen wir hier hin, ach Quatsch, oder falsch, oder falsch, oder falsch. So, jetzt gehen wir hin, ach Quatsch, oder falsch, oder falsch, oder falsch, oder falsch, oder Dass ich hier einfach sämtliche Systeme, die hier um mich herum sind, erkunden will. Ich habe zwar nur ein Forschungsschiff. Ah, hier komme ich noch nicht hin. Okay, warum nicht? Klasse G. Okay, dann gehen wir erstmal da hin. Ich schicke nämlich das jetzt einfach mal hier im Rundkurs. Hier haben wir was gefunden. Achso, hier ist ja auch noch was. So, System erkunden. Dann haben wir alle Systeme hier in unserem Bereich, was wir haben, erkundet. Und weiter kommen wir ja nicht weg. So, jetzt gehen wir mal zur Heimatwelt. Und zwar zur Basis. Und wir wollen jetzt ein Kolonieschiff bauen. So, was haben wir denn hier? Das ist ein... Ich kaufe jetzt ein Schiff. So, jetzt gucken wir mal. Kolonieschiff. Was haben wir denn hier? Oh, hier unten ist es... Nee, das ist unser Planet. Wir haben jetzt hier bei uns... Was haben wir denn hier? So, ich will jetzt mal mein Forschungsschiff. Herholen. Erkunde das System. Wir haben ja unser eigenes System noch nicht erkundet. Wir sind jetzt schon in anderen Systemen, haben die erkundet und gemacht und getan. Aber wir haben unser eigenes System noch gar nicht erkundet. So, ich höre mal das Militär zurück. Oh, Moment, bei mir klingelt es. So, das ist die große. Also, es dauert ein bisschen, bis man sich rinnfuchst. Aber wenn man einmal drin ist, macht es echt Spaß. Also, es hat mir von Anfang an Spaß gemacht, aber dann macht es noch mehr Spaß. Was ist denn das? Das ist... Achso, das sind unsere... 88. Was sind 88? Einheit? Ach nee, Feuerkraft. Da war was. Okay. Ein Gehen, ein Gehen, ein Gehen. So, was haben wir hier? Krieg. Kartenmodi. Kartenmodi. Überraum. Kartenmodell. Okay. Das sieht doch ganz gut aus. Aber ich will es lieber grün haben. So sieht es schöner aus. Technologie. Oh, die haben gar nichts zum Forschen. Das habe ich ja nicht mehr gemacht. KI-Kolonie-Schiff. Auf jeden Fall. Oh, ich habe hier keinen Forscher. Wissenschaftler hinzufügen. Möchten Sie Anführer wirklich abberufen? Nein. 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 Scheiße. Ich habe keinen Wissenschaftler mehr. Warum habe ich keinen Wissenschaftler mehr? Können wir hier nicht irgendwie mal ein paar Wissenschaftler herstellen? Hm. Hier können wir was machen. Hm. Hier können wir was machen. Ich habe mal gleich mehrere gemacht, weil wir brauchen ja noch welche. Wir haben ein Kolonieschiff. Ich weiß. Ich bin ja gerade dabei. eine Orbit-Typ-Kultur. Eine Orbit-Typ-Kultur. Klingt auch interessant. Ich mache erst mal das. Ebenes Material. Oh, das dauert aber lange. Ja. Dann würde ich lieber was anderes. Dann würde ich lieber was anderes. hier. So. So. Und wir haben ein Kolonieschiff. damit bewegen wir uns jetzt hierher. Hier war es nicht, oder? Wo ist denn dieser Planet? Ne. Hier war es nicht. Hier war es nicht. Das waren... Das war das hier? Hier war es, oder? Ne. Hier war es auch nicht. Doch hier. Hier war es. Der fliegt jetzt, der müsste jetzt hier bald da sein. Ah, der fliegt da aber weit. Wieso fliegt denn der erst da hoch? Und nicht direkt da hin. Da, das war es nicht. Der fliegt dann. Rover. Ich lese. Ah, das war nicht. Oh, der war es nicht. Wobereitel? Wobereitel? Oh, sayses. Also gibt es das hier. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich nehm schon viel zu lange auf, ey. So, jetzt ist es da. Aber ich will wenigstens noch einen Planeten kolonisieren. So, da ist es. Gut gemacht. Das Cybersystem wurde. Okay. So. So. Ich müsste mal ein Konstruktionsschiff dann vielleicht auch hier holen. So. 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 Die Frontiers unserer Empire sind nicht final. Die Frontiers unserer Empire sind nicht final. Amen. 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 Vielen Dank. Jetzt können wir aber. Vielen Dank. Da fehlt uns noch was. Das ist ja ein 2. Das ist ja gut. So, und? Das ist ja gut. 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 ein Spiel, wo man sagt, die Musik ist irgendwann lästig und dann, oh, da kriegst du auch einen Krebs. Nee, ist ja schön. So im ersten Blick sieht es jetzt hier echt minimalistisch aus. Wir haben ein paar schöne Grafiken und so, aber man muss ja auch nicht auf dem Planeten runterbieben und dann Leute sehen, wie sie runterlaufen. So, alles ein bisschen sehr strategisch aufgebaut, was ich sehr gut finde. Es macht mir halt persönlich großen Spaß. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Das Video ist schon wieder fast zwei Stunden. Ey, das ist einfach viel zu lange für einen Angezock, denke ich mal. Gib mir mal ein Feedback darüber. Ich bin jetzt erstmal weg. Bis zum nächsten Mal auch da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.